Die ist qualitativ, die Schimmertöne besser als Natascha Denona. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen Zusatzvideo diese Woche, was eigentlich hätte schon am Freitag online gehen sollen. Ich war aber unterwegs, die Palette war noch nicht da und ich glaube, dass das hier ein richtiges Last-Minute-Schmankerl für euch zu Weihnachten sein könnte. Entweder als Weihnachtsgeschenk oder vielleicht als kleine Inspiration für Looks, denn ich habe die niegel-nagelneue Be Perfect Carnival Stacey Marie Interstellar Palette bekommen und wir werden sie heute auf Herz und Nieren testen. Wir machen zwei verschiedene Looks und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit, hüpfen direkt ins Video, weil bei 45 Farben, Boys & Girls, wir haben einiges zu tun. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass die nächste Woche für euch besser wird und in den nächsten Tagen so langsam zur Ruhe kommt. Und ich habe mir das auch vorgenommen. Ich habe Mittwoch, Geburtstag und am Ende der Woche ist für mich dann auch hoffentlich so ein bisschen alles vorbei das ganze Jahr und ich kann mich langsam in die Weihnachtsstimmung begeben. Zum Ende des Jahres, wisst ihr, ist natürlich immer super viel los. Viele Brands bringen viele Produkte raus und wollen nochmal Content haben und ich will natürlich euren Content auch noch produzieren und nicht jedes Video irgendwie ganz komisch haben. Und deswegen testen wir heute mal ganz entspannt die Carnival-Palette. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist und als ich gehört habe, noch eine Carnival-Palette, dachte ich mir, okay, come on, was willst du denn noch machen? Als ich sie gesehen habe, dachte ich mir aber, okay, ich verstehe es schon, weil das ist echt spannend. Denn Stacey Marie, ich habe sie auch persönlich kennengelernt mal, ist eine ganz, ganz liebe, sehr, sehr talentierte Frau. Diese Be Perfect Carnival-Paletten sind natürlich auch eure Favoriten und hier sind neben klassischen bunten Tönen, die es ja in den Be Perfect Paletten immer mal wieder gab, es sind aber alles andere Farben, auch hier die untere Reihe finde ich persönlich super, super spannend. Das ist grau, das ist grün, das ist khaki, das ist sehr anders als das, was wir in diesen Be Perfect Paletten hatten und vor allen Dingen haben wir hier verschiedene Texturen drin, die für euch Make-Up-Lovers vielleicht ganz interessant sein könnten. Wir haben 30 Velvet Muts, wir haben 3 Duochrome Pressed Pigments, 8 Mesmerizing Shimmers und 4 Foiled Glitter Shimmers. Also wirklich krass spannende Texturen, die ich so in diesen Carnival-Paletten auch noch nicht gesehen habe. Und wir werden sie jetzt einfach mal ausprobieren. Ich schaue mal, ich kenne meine Freunde von Purish, sie schicken mir immer einen Code für euch. Mit dem Rabattcode MAXIMSTAR bekommt ihr 20% Rabatt auf die Interstellar-Palette und den Link setze ich euch unten einmal in die Infobox. Wie gesagt, Purish und ich, wir arbeiten so zusammen, ich kriege die Produkte, ich kann sie euch zeigen, dass ich Content mache, aber das sind keine bezahlten Videos, dass ich Geld für das Video bekomme oder auch kein Affiliate-Code. Wir probieren es einfach mal aus und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze performt. Ihr seht das, meine Base ist natürlich auch schon drauf. Ich blende euch hier auch mal ein paar Swatches ein von Farben, die mich persönlich am meisten interessieren. Üblicherweise mag ich es nicht, zwei verschiedene Looks zu machen, aber ich glaube, dass es sich hier wirklich anbietet, in die verschiedensten Richtungen zu gehen. Und ich werde es diesmal ein bisschen anders machen. Ich werde euch die Technik zeigen, die Stacey Marie mir damals beigebracht hat bei dieser Masterclass, weil die Art und Weise, wie sie geschminkt hat, war schon ganz besonders. Ich habe natürlich jetzt meine Base schon drauf, sie hat das ohne Base gemacht, aber sie hat echt spannend gearbeitet. Und das würde ich euch gerne mit auf den Weg geben, dass ihr, selbst wenn euch die Palette nicht interessiert, ihr trotzdem noch ein bisschen was mitnehmt. Stacey hat in verschiedenen Arten und Weisen gearbeitet. Ich probiere es ja immer wieder in meinen Videos mit zu implementieren. Sie hat uns erzählt, dass sie erst mit einer mittleren Farbe anfängt. Also in meinem Fall würde ich jetzt mit Odyssee anfangen. Das ist so ein Grauton und da gehe ich ganz leicht in First Man mit rein. Das ist ein dunkler Grauton und den stempelte sie direkt in die Lidfalte und baute den Ton richtig, richtig schön auf. Wir werden ein ganz, 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 ganz klassisches Smoky Eye machen heute in Grau und Schwarz. Und durch diese Techniken kriegt sie natürlich das meiste Pigment mit raus. Ich habe jetzt keine typische Lidschatten Base benutzt, sondern einfach nur den Concealer nicht so gut fixiert. Und ihr seht natürlich auch, wenn ich mit einem Pinsel arbeite, der fest gebunden ist, gibt es übrigens auch wieder die Pinselsets, dann kriege ich das meiste Pigment mit raus. Und was sie dann sofort gemacht hat, sie hat wirklich nicht viel Zeit verschwendet. Sie ist mit einem sauberen Blendepinsel schon mal über die Kante gegangen und hat die ganz, 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 ganz leicht ausgeblendet. Dass die Farbe nicht zu schnell mit dem Concealer antrocknet. Und ihr habt es gesehen, wie pigmentiert diese Palette ist. Ich muss sagen, also ich habe natürlich mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Stacey Marie und Be Perfect Paletten. Aber Be Perfect ist für mich mittlerweile die Alternative zu BH Cosmetics geworden. Ich bin gespannt, was mit BH Cosmetics jetzt wirklich passiert. Aus den Druckerien sind sie ja jetzt fast überall raus und Art Deco ist dafür reingekommen. Und Be Perfect ist noch mal was anderes. Und es gibt auch viele, viele spannende Produkte bei Purish. Jetzt gehe ich auch gleich schon in den nächsten Schritt. Ich muss so ein bisschen durchgehen, damit ich die Fixierung des Concealers nicht verschwende. Ich gehe in Space Race. Das ist ein sehr, 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 sehr kühler, grauer Ton. Und den stempelte sie, oder sie hat dann damals eine andere Farbe benutzt, einfach oben rüber. Und so habt ihr auch noch mal eine extreme Deckkraft von so hellen Grautönen. Grau ist extrem schwer und sorgt dafür, dass das alles ein bisschen kühler wird. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, hä, aber jetzt hast du ja die andere Farbe abgedeckt. Und das war das Ziel. Denn ich gehe jetzt mit demselben Pinsel wieder in die Farbe First Man mit rein und blende das Ganze zusammen. Und habe dann den weichesten Übergang der Farben. Und da muss ich sagen, das macht das Schminken so viel einfacher. Und als ich die Palette gesehen habe, dachte ich mir, das ist schon wieder sehr beängstigend, kann ich mir vorstellen. Wenn man vielleicht noch nicht so viele Übungen hat mit Make-up, dass man dann so eine Palette sieht und denkt, pff, was soll ich denn damit machen? Aber glaubt mir, wenn ihr eine Vielzahl an Farben habt, so wie hier, ist es einfacher, damit schöne Looks zu schminken, weil ihr euch nicht so viel Mühe geben müsst beim Blenden, weil ihr einfach schon diese einzelnen Farbverläufe in den Farben drin habt. Und jetzt seht ihr, dass wir richtig schön von hellgrau zu mittelgrau gegangen sind. Weiter geht es mit dem dunkelsten Ton. Und sie hat immer eine schwarze oder sehr, sehr dunkle Farbe in die Paletten gemacht, einfach um Tiefe zu erzeugen. Und ich gehe mit demselben Pinsel wie eben in die Farbe Dark Side. Das ist ein purer Schwarz. Und sie stempelte das dann einfach hier rüber, so wie bei Facetune, komplett aufs Auge. Und das ist ein sehr, 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 sehr pigmentiertes Schwarz. Cruella de Vil is shaking. Oh, erinnert ihr euch an die Jeffree Star Cremated Palette? Ich glaube, ihr seht es, die Farben sind extremst pigmentiert, extrem weich und vor allen Dingen deckend. Und ich habe innerhalb von einer Minute ein perfektes Smoky Eye, ohne harte Kante. Es wird dunkel, es wird immer, immer heller und im Prinzip könnte man das Ganze schon so lassen. Es ist hier aber eine Farbe drin, die mich wirklich anschreit. Ich muss sie jetzt einmal swatchen. Drei Stück. Galactic, Galaxy und Velocity. Uh. Oh, yes. Ich tupfe jetzt nur mal mit Velocity hier rüber, weil ich... Oh, nein. Geil. Weil ich nur diesen Glitzer haben möchte und nicht die Farbe. Oh, ja. Das ist extrem pigmentiert. Ich habe ein bisschen Fallout, aber bei Schwarz ist das natürlich auch nochmal eine ganz besonders krasse Nummer. Aber ihr habt es gesehen, also diese Glitzer-Schimmertöne, das ist schon nice. Ich gehe jetzt gleich nochmal mit einem kleinen Pinsel in die Farbe Dark Side unten am unteren Wimpernkranz und gehe dann nochmal in Odyssey. Ich blende das hier unten aus. Also, innerhalb von wenigen Sekunden ein perfektes schwarzes Smogger. Und ich meine, ihr seht den krassen Unterschied. Ich nehme den kleinen Pinsel jetzt auch und gehe in die Farbe Moonwalk. Das ist auch so ein Glitterton. Und den presse ich mir jetzt erstmal hier hin. Das war sehr viel. Ich hätte nicht ansatzweise so viel benutzen müssen. Deswegen blende ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen rein. Aber... Top. Ich überlege jetzt, was wir auf der anderen Seite machen. Mich lacht diese Lila-Reihe sehr an. Wollen wir die mal probieren? Auch hier starten wir mit einer mittleren Farbe. Und da gehe ich in die Farbe Atom. 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 Und die presse ich mir wieder hier in die Lidfalter. Und dadurch kriege ich das meiste Pigment. Und das sehe ich oft bei Leuten, dass sie probieren, mit einem Blendepinsel zu arbeiten. Kannst du natürlich machen, aber du kriegst niemals die Deckkraft hin, wie von einem Packingbrush. Von so einem flachen. Das ist jetzt der von Leti. Ich habe den ja auch. Bei mir ist es der LM2. Und du hast einfach die maximale Deckkraft. Schau dir das an. Fluffigen Blendepinsel ausblenden. Leicht. Und damit gehe ich dann gleich hier vorne rein. Passt perfekt zu meiner Mütze. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Palette sagt. Sagt ihr, okay, ihr habt schon so eine ähnliche oder ist das vielleicht nochmal eine Alternative für euch? Weil ich glaube, dass das von der Farbaufteilung die beste Palette ist. Ihr habt es gesehen. Ich bin gerade in Light hier schon reingegangen, um hier einfach gleich ein bisschen rüber zu gehen. Und das Ganze an dem Übergang zu verblenden. Und auch das geht sehr, sehr gut. Lila ist extrem schwierig zu machen, weil du natürlich Blau und Rot mit drin hast. Und das sind beides Farben. Ne, sie sind ein bisschen schwierig. Und wenn man das Ganze runter bricht, preislich, bist du hier schon wieder im Drogeriebereich, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, was sie kostet. Sekunde. Die kostet 49,90 Euro. Abzüglich 20 Prozent. Sagen wir mal 40 Euro. Und jetzt rechnen wir. 45 geteilt durch 40 sind 1,10 Euro pro Lidschatten. Und wenn du das auf Drogerielevel brichst, ist da nicht mehr viel Unterschied. Das ist dann schon wirklich in Ordnung. Du hast halt eine krasse Qualität und auch eine Menge an Farben. Im Prinzip bräuchtest du da nie wieder eine andere Farbe. Ich gehe ganz leicht in Supernova und Fiction mit rein. Und gehe hiermit so ein bisschen rüber und habe dann einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Farbverlauf. Sehr, 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 sehr schön. Und dann gehe ich in Spacewalk und tupfe das hier wieder mit rein. Und gehe dann damit nach vorne. Und zack, hast du. Das sah jetzt, glaube ich, so einfach aus. War es aber auch. Also ihr habt es ja gesehen. Ich bin nicht die größte Lidschattenmaus. Und wenn ich mir nicht wirklich Mühe geben würde, dann würde es so auch nicht aussehen. Aber wenn du eine Farbe hast und die Pinsel und die Technik dafür, so wie ich sie euch jetzt gezeigt habe, dann ist es das Einfachste. Weil ihr müsst euch überlegen, ihr wollt, das meiste Pigment soll das Dunkelste sein. Und je heller ihr werdet, desto leichter soll das Pigment werden. Wenn ihr aber erst mit dem hellsten Ton auf die Haut geht, ist die Haut schon so gesättigt mit Pigment, dass es zu viel ist und die anderen Farben alle nicht mehr so gut halten. Und ihr habt es gesehen, wie schnell und einfach das ging. Und das ist, das ist so lustig, ne? Weil im Prinzip haben wir hier einmal die Beauty-Benz-Palette. Ihr habt so ein bisschen die Jeffree Star-Palette mit drin. Ihr habt eine schöne grüne Palette. Das sind jetzt keine Farben aus meiner Palette. Aber schon eine Vielzahl. Ich liebe diesen lila Verlauf gerade. Yes, Maria. Alright. Wir ziehen uns eine Cut-Crease. Und dafür nehme ich einen Pinsel von Mervis Eigenmarke. Gehe ganz leicht noch rein. Und nehme jetzt hier wieder diesen kleinen Pinsel und gehe in Star Glaze. Oh nein, das muss ich mit dem Finger machen. Die ist sehr, 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 sehr cremig. Auch so ein Duo-Chrome. Sehr, 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 sehr hell. Hab gerade einen Gedanken gehabt. Bei der Farbe, als ich da mit dem Finger reingegangen bin. Die ist qualitativ. Die Schimmertöne besser als Natasha Denona. Bei weitem besser. Gehe noch in Area 51. Und blende das hier so mit rein. Und bin auch hier innerhalb von ein paar Sekunden einfach fertig. Zu lila würde natürlich auch blau passen. Wir bleiben bei lila, sonst wird es zu viel. Einfach hier unten so ein bisschen verblendet. Und dann in rosa. Was ist denn das, mein Gott? Ich habe es neulich bei Instagram gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass die Brands mal langsam ein bisschen runterkommen wieder. Weil ich das Gefühl habe, dass ich hier jede Woche sitze und euch einen Kracher nach dem anderen zeige. Was gut ist für mich, weil ich euch wirklich gute Sachen zeigen kann. Das freut mich dann natürlich. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, irgendwann. Aber die Qualität ist halt schon an einem Punkt angekommen. Da kann es kaum noch besser werden. Also sag mir, was kannst du an den Farben jetzt besser machen? Ich nehme auch wieder den kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Milky Way. Ne, das ist ein Glitzer. Das benutze ich nicht. Wir machen mal ein mattes Inner Corner. Und ich gehe in die Farbe Fiction und setze mir die hier einfach hin. Mattes Inner Corner? Oh, I love it. Crazy. Empfehlung, macht eure Base danach. Vor allem bei dem dunklen. Hier fällt es nicht so auf. Das ist schon krass. Ich habe jetzt keine Lashes benutzt. Weil ich glaube, dass das völlig ausreichend ist. Mir gefällt diese Seite fast noch besser jetzt zum Outfit. Von der Pigmentierung waren aber selbst die schwarzen Töne extrem, extrem gut. Und ich bin super, super gespannt, was ihr dazu sagt. Das war top. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier definitiv gegeben. Ihr habt 45 Farben einfach mit drin. Für 40 Euro dann effektiv am Ende. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Ich würde am liebsten noch fünf weitere Looks damit machen. Ich glaube, dass das ist so eine Palette. Wenn du die hast, brauchst du nichts anderes. Weil du einfach alle Möglichkeiten hast. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr also auf spannende Texturen und spannende Farben steht, schaut also unbedingt mal bei Purege vorbei. Ich liebe es. Ich mag es total, total gerne. Und bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Freunde, habt noch einen zauberhaften Sonntag. Bis zum nächsten Mal.